Als Direktor von Schweiz Tourismus habe ich viel Glück. Ich darf mit kreativen, engagierten und agil denkenden Kolleginnen und Kollegen aus allen fünf Kontinenten zusammenarbeiten. Wir mögen zwar alle eine andere Herkunft, eine andere Muttersprache oder eine andere Lebensweise haben, aber diese Vielfalt ist unsere Stärke. Die Liebe zum Ferienland Schweiz verbindet uns. Wir arbeiten jeden Tag daran, der Welt zu zeigen, warum wir alle ein Stück Schweiz brauchen können. Ich bin sehr stolz, ein Teil dieses Teams zu sein.